Wir sind Allianzpartner, weil Demenzerkrankungen zu den großen Herausforderungen unserer Zeit gehören. Wir sind Partner der Politik, wir stehen an der Seite der Betroffenen, gerade auch der betroffenen, erkrankten Menschen und deren Angehörigen. Und es ist notwendig, dass alle gesellschaftlichen Kräfte hier zusammenarbeiten. Von besonderer Bedeutung sind gerade für unsere Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege die lokalen Allianzen, weil dort unmittelbar die Arbeit für die Betroffenen stattfindet und auch das politische Engagement.